Nie wieder! Nie wieder! Nie wieder! Für dieses Nie wieder sind wir heute zusammengekommen 242.000 Menschen! Wir haben uns für dieses Nie wieder und wir machen weiter. Wir machen weiter mit Patrick Mielke von der Gebärdensprache-Gemeinschaft. Er wird uns zeigen, wie man unteilbar auf Gebärdensprache performt. Gut, schön, dass so viele Menschen hier sind. 242.000 Menschen, ich kann es gar nicht glauben. Ich habe dieses Wort unteilbar schätzen und lieben gelernt und würde euch gerne jetzt das Gebärdenszeichen dafür zeigen und euch auffordern, das alle einmal mit mir zu gebärden. Einmal bitte alle! Hände hoch und dann unteilbar! 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 Zwei! Vielen Dank! Und nehmt es mit nach Hause, bleibt unteilbar! Taube Menschen an die Front! Sehr schön. Vielen Dank.